Die DREWRG Stadtwerke Dresden GmbH ist das Stadtwerk von Dresden. Anteilseigentümer sind über zwischengeschaltete Beteiligungsgesellschaften letztlich zu 90% die Stadt Dresden und zu 10% die Tüger AG. Die DREWRG betreibt in Dresden neben 12 Umspannwerken und ca. 1600 Umspannstationen 7 Heizkraftwerke und 4 Wasserwerke. Geschichte Die DREWRG wurde am 1. Januar 1930 als Aktiengesellschaft gegründet und übernahm die Versorgung der Stadt Dresden mit Gas, Wasser und Strom. Bis zum August 1948 bestand die DREWRG als Kapitalgesellschaft und ging anschließend in der kommunalen Wohnungsverwaltung im VEBE Energieversorgung Dresden bzw. VEBE Energiekombinat Dresden auf. Im Jahr 1993 wurden die kurz nach der politischen Wende entstandenen Unternehmen Dresdner Wärmeversorgung GmbH und Teile der Energieversorgung Sachsen-Ost AG zur Dresden Elektrizität und Fernwärme GmbH zusammengeschlossen. Diese wurde wiederum 1997 mit Dresden Gas GmbH und Dresden Wasser und Abwasser GmbH zur DREWRG Stadtwerke Dresden GmbH fusioniert. Mit der Besonderheit, dass der Abwasserbereich der DWA als Stadtentwässerung Dresden GmbH selbstständig blieb. Am 12. Oktober 2009 gab die Stadt Dresden bekannt, die Verträge mit den Miteigentümern fristgerecht zum 31. Dezember 2012 gekündigt zu haben und somit dem Rückkauf der DREWRG zu beginnen. Die zuvor von ENBW gehaltenen 35% sind bereits wieder in kommunaler Hand. Die Landesdirektion Dresden hatte den Beschluss des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden vom 18. März 2010 genehmigt, wonach die Technische Werke Dresden GmbH die GESO-Beteiligungs- und Beratungs-AG kaufen und ein neues Unternehmen mit dem Namen Energieverbund Dresden GmbH errichten wird. In dieses Unternehmen wurde neben der GESO auch der bislang von der TWD gehaltene städtische Geschäftsanteil an der DREWRG Stadtwerke Dresden GmbH eingebracht. Die DREWRG ist seitdem zu 90% im Besitz der EVB, woran die Stadt Dresden über ihre Holding TWD zu 100% beilicht ist. Die restlichen 10% an DREWRG hält die Tüger. Um Vandalismus an den Anlagen vorzubeugen und das triste Bild der Anlagen zu verbessern, lässt die DREWRG wie einige andere Energieversorger die Anlagen in einem Graffiti-Projekt künstlerisch gestalten. Mittlerweile wurden über 150 solcher Anlagen von Künstlern mit verschiedenen Motiven gestaltet.